hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder euer goodie mit einem weiteren guide zu play und zwar geht es diesmal um die trophäe den erfolg des achievement status code 410 ist ein sehr leichter erfolg braucht also euch gar keinen kopf zu machen ist ganz schwer zu machen aber ganz genau so leicht zu verpassen und zwar wenn ihr zurückkehrt in euer büro nachdem ihr die quest mit dr calvino hattet dann trefft ihr auf january diesen roboter hier der ja euch hilfreich beiseite steht und ihr trefft auch im späteren verlauf immer wieder auf ihn also es muss nicht sofort am anfang sein also direkt so nach ersten fest wenn das erst mal mit ihm redet oder so sondern sobald ihr halt im spielverlauf zurückgeht in euer arbeitszimmer dann wartet dort euer hilfreicher roboter und für den erfolg für die trophäe müssen wir den einfach ausschalten da braucht euch auch keine sorgen zu machen der wert sich nicht oder so ihr könnt ihr ganz einfach weg machen so viel munition muss ich sagen habe ich jetzt hier gerade nicht dabei weil er steckt ganz gut ein ich fange jetzt erstmal hier an mit der shotgun zu bearbeiten und ihr werdet gleich sehen das reicht dann noch nicht zumal ja auch nach hinten weg fliegt aber wie gesagt gar kein problem der wert sich nicht ihr könnt also hier ganz in ruhe nachladen drauf ballern ich werde dann gleich die waffe wechseln weil ja meine munition mal wieder alle ist und wenn ich die waffe wechseln werde ich mir anschließend noch hier gleich im fabrikator der zum glück hier bei mir im büro steht noch neue munition herstellen weil es immer noch nicht reicht ja gut ist mit dem blöde gerade ich sehe gerade ich habe hier so den namen vom achievement über seinem lebensfalken stehen aber ich glaube das nicht wirklich ist so zwei schuss hätten gefehlt da ist die mut alle so jetzt habe ich neue hergestellt und das war's ziel abgeschlossen und jetzt sollte dann auch jeden augenblick die trophäe aufpoppen das bedeutet das dauert glaube ich einen kleinen augenblick einen relativ langen kleinen augenblick sogar die die trophäe kommt in der zeit bekommen wir hier besuch ich weiß nicht ganz genau ob das was damit zu tun hat dass wir unseren roboter abgeschossen haben ich denke eher dass das der geschichte ist die hier sowieso gekommen wäre wenn dann halt keine ahnung wenn ich mit ihm ganz normal geredet das war's was ich sagen wollte ganz genau richtig so ich hoffe der kleine guide hat auf alle fälle geholfen und gefallen wenn dem so war lasst doch einen daumen nach oben da würde ich mich riesig darüber freuen abonniert den kanal wenn euch geschehen dann verpasst ihr hier weiter nichts neues und ich hoffe ich höre und sehe euch wieder im nächsten guide ich sage bis dahin so long goodbye keep gaming euer goodie